Ja moin Leute, sehr jahres am Start, herzlich willkommen zu einem neuen Dart Video hier auf diesem Kanal und heute gibt es mal eine XXL Folge, denn wir spielen Best of 9 501 Doppel aus gegen den Computer. Zunächst einmal möchte ich mich mal für den Support in den letzten Wochen bedanken. Mein Kanal geht richtig ab, Abonnentenzahl steigt leicht, das ist sehr schön und auch alles andere ist tipptopp. Auch in den Streams gerne öfter mal Leute dabei, ist auf jeden Fall richtig cool, dafür will ich schon mal Danke sagen. Ja und heute spielen wir halt wie gesagt gegen den Dart Bot wieder, dieses Mal aber Best of 9, das heißt wer zuerst 5 Lacks hat und ja, ich würde mich auf jeden Fall über Support freuen und Tipps, wie ich besser im Dart werden kann und wie ich besser mit YouTube werden kann und ich würde einfach sagen, wir schauen jetzt mal rein. Let's go! Uh, was ein Start! Ja, er kommt gleich mit der 86 um die Ecke. Ja, er kommt gleich mit der 86 um die Ecke. Ah, ein bisschen haben wir jetzt aufgeholt, sieben Punkte. Also noch 44 Punkte haben wir jetzt noch rückschneiden. Ah, jetzt sind es nur noch 14. Ah, schöne 100 Punkt Computer dort. Oh, schöner Konter 183. Ah, immerhin ein Finish gestellt. Ah, immerhin ein Finish gestellt. 130, ne? Ach, er hat gerade gestellt. 130 Einzirkel brauchen wir. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Leider unsere Röte spät. Ja, nutze eiskalt aus. Break for für den Computer. Aber der fängt jetzt nicht so stark an. Oh ja, der letzte ist aber schön abgerutscht. So, jetzt haben wir das weg schon mit allem gewissen, mal sehen was wir draussen machen können. Nicht viel. Jetzt kommt er wieder, hat 30 Punkte jetzt Vorsprung. So, das müssen wir jetzt nutzen. Das ist jetzt wieder eine Chance. Das ist mein Riesenmakro, die Chancenverwertung. Ja. 81 Punkte lässt uns zwar kein Finish, aber naja gut. Ah, ist ausgemacht. Perfekt. Super. So, 103 Punkte. Was will man machen? 2 zu 0. Nein, immerhin, weil man 100. Neh, immerhin, wenn man 100. Jetzt wäre es mal sinnig unser eigenes Heck durchzukriegen. Okay. Da kommt uns näher, ja 83 lässt, wenn es 180 lässt, dann legt man einfach auf, perfekt. Ich dachte, der Level 3 spielt so einen 50er Schnitt, mei, jetzt steht er hier 361, also weiß auch nicht. Ja, 120, Shanghai. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich wirklich 120 jetzt habe, aber ja, habe ich. Ah, ja, ja, ja. Da rotscht der letzte Maison schulden ab. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja. Ah, ja. Ah, also, dobbel acht. Oh Mann, oh Mann, Mann. Ich krieg's nicht aus und stehe bei zwei Punkten Rest. Ah, viel zu hoch. Tja, leider ist es kein normaler Spieler. Da würde ich bei neun sagen, aber Glück gehabt. Aber beim Bot ist das eigentlich völlig egal, was der Rest hat. Ah, siehst du, 3 zu 0 für den Bot. Sieht sehr schlecht für uns aus. 81. Da nochmal eine 80, sehr gut. Ah, 116 schon wieder von, der ist doch immer in der Computer. Ah, nur 40. Ah, nicht so wie nachdenken. Ah, mein Gott, nee. Ah, das ist wirklich. Stichgrad 19 und er steht schon wieder bei 16 gest. Aber macht es nicht, wir haben doch mal eine Chance aufs Break. Nein. 71. Oh, wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance. Ah, und wir nutzen sie. 2 zu 1, nein, 3 zu 1 steht er schon. Egal, Brake ist auf jeden Fall wieder da. Brauchen wir noch eins. Jetzt brauchen wir aber, wir schaffen es. Aber nicht mit so einem Anfang. So ist das doch schon viel, viel besser. Kann nur 114. Ziehen jetzt davon. Das sollte ja unser Leck werden, 107 Punkte haben wir jetzt schon Vorsprung. Dann wirft er 107 Punkte hier, dann soll es mir nicht zuhören. Mann, oh Mann, was ist denn jetzt los? Auf einmal ist der Fokus, auf einmal ist alles wieder weg. 52 macht, das ist kein Finnis. Aber er wirft nur 10 Punkte, das ist jetzt wieder gut. Jawoll, 133 Punkte, macht 32 Rest. Ich hatte gerade schon Angst, da ich die Triple 16 treffe und mich überwerfe, aber gut. So haben wir jetzt 3 fette Chancen. Ja, er ist drin. Ja, er ist da ganz oben in der Ecke. Das heißt, wir sind herangekommen und haben einen schönen 23 Darter. Das ist natürlich sehr gut. Und ja, er lässt jetzt ein bisschen nach. Das müssen wir jetzt wieder ausnutzen. Immerhin führen wir. Ja, 79. Ja, 79. Geht noch. Ja, jetzt sind wir bei. Okay. Und jetzt wird er nur 11. Ah, 40 ist okay, ist okay. Okay. Knapp. Alright, 305 Rol, 118 Punkte. Das heißt, ich würde zuerst eigentlich mal auf die 18 gehen, aber ich bleibe auf die 20. Ja, genau deshalb. Ah, schön die Projektur. 77 haben wir nur noch geworfen. Und jetzt diktieren wir das weg schon wieder. Ah, schau mal. 20 hätte uns ein Finish stehen lassen. So haben wir jetzt 185. Aber wir können das Leck immer noch von vorne diktieren. Boah, schöne 97. 88 ist jetzt. Jetzt sind wir, jetzt sind wir im Pass, Leute. Jetzt geht's los hier. Ah, fast überworfen. Das war Frank Chancen. Ah, nicht genutzt. Da lässt sich 15 stehen. Okay. So war eine schöne Zahl. Und wir kriegen die Break Chancen nicht zu. Aber Erbe wirft sich gleich mit dem ersten Pfeil. Perfekt. Ah, viel zu tief. Da ist schon im Ansatz gemerkt, dass er viel zu tief geht. Doppel 16. Erst ziehen wir jetzt Doppel 16. Na ja, wenigstens können wir nicht weiter runter. Ah, da ist das 4 zu 2. Schade. So viele Break Chancen liegen gelassen. Eine Chance auf den Break haben wir noch. Uh, aber nicht so. Aber nicht so. Ah, 69, jo. Na, 1 Punkt. Wirft 1 Punkt mehr als wir. Das ist aber noch nicht dramatisch. Eiii. Ah. Boah, 98. Wir werfen 26. Puh. Ah, komm. Let's fighten wir nochmal. Boah. Ah, der letzte darf nicht passieren. Das ist okay. Ja, aber er zieht uns weg. Er zieht uns weg. 95 und wieder 117. Und wir stehen bei 170. Ah, der hat 2. Ha, ha, ha. 32 jetzt. Perfekt. Wir müssen die 170 zur Wirtschaft machen. Ja. Das war's mit dem Match. Wir haben 5 zu 2 erreicht. So, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Leider hab ich mal wieder verloren. Aber die Performance war ab dem 3. Leck eigentlich doch recht gut. Also ich bin nicht unzufrieden mit dem Match. Ähm, trotzdem, als kleine Aufmunterung, smash doch gerne mal den Like-Button. Abonniert den Kanal. Kommentiert, äh, wie ihr, wie ihr mein Dart-Content findet. Äh, teilt damit noch das Video. Ich würde mich halt wirklich sehr drüber freuen. Und, äh, wir sehen uns Samstag wieder. Ich freu mich bis dahin. Tschüss und bis dann.